Hallo ihr Lieben, Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ein kleines Metisblock machen könnt. Dafür braucht ihr solches Papier, vieles, also wie viel ihr wollt, und Klebeband. Erstmal müsst ihr alles ordentlich machen. Denn ich habe heute eine Kamerafrau, die das hält. Hallo. So, ungefähr. Ich bin nämlich die von girlh.gahit. Der hier findet, wie gehört, ist girlh.hip. Sie darf nur nicht auf ihr Gesicht zeigen, deswegen finde ich das schade. Ich darf aber mein Gesicht zeigen. Müsste ja alles so richtig gut durchkleben. Also, es kann sein, dass sich manchmal die Seiten verschieben. Ach, mein größeres, ganz groß, ein Klebeband. Noch größer. So ungefähr. Dann so umklappen. Am wichtigsten ist es, dass sie umklappt. Genau. Also, wir haben es beiden ausgedacht, dieses kleine Zinsblock. Ihr müsst einfach nur hier diese Ränder zumachen. Und jetzt... Tada! Es geht natürlich ab, ein bisschen. Man darf das nur einfach nicht so vorne ziehen. Sonst gehen die Blätter ab. So, machen wir mal einen Test? Ja. Hier. Also, zeig mal was für mich nochmal. Ähm, ich schalte jetzt kurz was rein. Wartet mal, ich will einen Stift. Schreibt da. Ist ganz gut geworden, wie ich finde. Dafür brauchten wir auch eigentlich nur zwei Sachen. Ich hab jetzt sowas. Und jetzt schreiben wir Nice Animals Buch. Mhm. So, ein bisschen Nice Animals. Und jetzt mach ich noch Buch. Und ein kleines Smiley. So. Die macht man normalerweise anders. Halt mal. So. Also, girlhub.hip und Nice Animals, also wir, wir sind ganz gute Freunde. Ja. Also, wir sind ja sehr gute. Sie macht nicht mehr bei ihr Kanal weiter. Aber ich, und sie wird mich auch oft begleiten. Also, zumindest die Kamera halten. So. Das war's schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, ich werde immer mehr Videos drehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert, mir einen Daumen nach oben gebt. Und mir unten in die Kommentare schreibt, ob das nützlich ist oder nicht nützlich ist. Also, ich finde es schon sehr nützlich und toll. So für die Tasche. Ja, genau. Also, tschüss und viel Spaß noch, meine Lieben. Ja, warte, warte, das bleibt immer so stehen. Das ist, ich muss jetzt bis hin.